Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem Kursenkonto. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Starttrade beträgt hier 2000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Und ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Euro, Japanisch Yen. Sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Gleich nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ich bin jetzt insgesamt viermal drin. Erster Trade ist im Gewinn. Und nochmal. Sieht gut aus. Der Kurs fällt aktuell noch weiter. Wer sich für diese Strategie interessiert und diese erlernen möchte, kann sich für mein Privat-Eintelcoaching bewerben. Aber Achtung, wir nehmen nicht jeden. Wir wollen ausschließlich Erfolgsgeschichten schreiben. Und daher suchen wir uns die Kunden selbst aus. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.